Ein herzliches Hallo an all die kleinen Forscher da draußen und natürlich auch an die Mamas und Papas. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wieso, Woher, Warum, der Podcast rund um Kinderfragen. Es ist Sonntagmorgen, das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue spannende Kinderfrage von euch. Heute möchte ich die Frage von Tilda, fünf Jahre alt, beantworten. Tilda hat auf ihrem Weg zur Kita etwas Spannendes entdeckt, nämlich einen sogenannten Zebrastreifen. Woher kommt denn der Name Zebrastreifen und wozu ist der Zebrastreifen eigentlich gut? All das und vieles mehr erfährst du heute. Überlegen wir doch erst einmal, was so ein Zebrastreifen eigentlich ist. Hast du so etwas schon mal gesehen? Falls du dich nun fragst, was ein echtes Zebra auf der Straße macht und ob es dort nicht schrecklich Angst hat, ich kann dich beruhigen. Es ist natürlich kein echtes Zebra. Das wäre ja auch ganz schön gefährlich mit den ganzen Autos und Fahrzeugen, die so auf der Straße unterwegs sind. Ein sogenannter Zebrastreifen sind weiße Streifen, die auf die Straße gemalt werden. Es gibt auch noch einen anderen Namen, nämlich Fußgängerüberweg. Und dieser Name erklärt auch eigentlich schon, für wen genau diese Streifen auf der Straße sind. Genau, für die Fußgänger. Denn so ein Zebrastreifen ist meistens dort, wo es keine Ampeln in der Nähe gibt. Und um trotzdem sicher über die Straße zu kommen, gibt es für die Fußgänger diese Zebrastreifen. Natürlich soll man auch hier nicht einfach rübergehen, ohne sich kurz nach links und nach rechts umzuschauen. Das weiß doch jedes Kind. Wie bei vielen anderen Dingen auch, sieht unser Zebrastreifen in Deutschland anders aus als in anderen Ländern. In der Schweiz zum Beispiel sind die Streifen nicht weiß, sondern gelb. Es gibt auch Zebrastreifen mit besonderer Beleuchtung, um sie noch besser sehen zu können. Oder welche, die quer über eine Kreuzung gehen, zum Beispiel in Japan. Aber alle haben das Ziel, die Fußgänger und natürlich auch die Rollstuhlfahrer und Kinderwagen sicher über die Straße zu bringen. Aber warum genau heißt es denn Zebrastreifen? Vielleicht, weil die weißen Streifen auf der grauen Straße dem Fell eines Zebras ähneln? Stimmt. Zebras haben ja auch Streifen in schwarz und weiß. Und du hast vollkommen recht. Viele Menschen glauben tatsächlich, dass dieser Name daher kommt. Aber es gibt dafür auch noch eine ganz andere Erklärung. Das Wort Zebra ist in diesem Fall auch eine Abkürzung für Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers. Und die Geschichte entsteht schon am 24. April 1954. Zu dieser Zeit gab es schon vereinzelt sogenannte Dickstrichketten. So wurden die Zebrastreifen ganz zu Beginn genannt. Doch leider kam es trotzdem immer wieder zu vielen Unfällen, weil die Menschen noch nicht wussten, wie man sicher über die Straße kommt. Also dachte sich eine damalige Zeitung, das Hamburger Abendblatt, zusammen mit der Hamburger Polizei eine tolle Aktion aus, nämlich die Zebra-Aktion. An dem 24. April 1954 beobachteten viele hunderte Beamte an den verschiedenen Fußgängerüberwegen, ob die Autofahrer bremsten oder anhielten, wenn Fußgänger über die Straße wollten. Von den Autofahrern, die alles richtig machten, schrieben sich die Beamten das Kennzeichen auf. Daraufhin suchten die Polizisten die Namen der Autofahrer und die Zeitung veröffentlichte diese in ihrem Hamburger Abendblatt. Als besonderes Dankeschön und kleine Erinnerung bekamen die Autofahrer zusätzlich eine kleine Plakette, die sie an die Scheibe ihres Autos kleben konnten. Was auf der Plakette drauf war? Na klar, ein Zebra. Und ab diesem Tag war der Name Zebrastreifen in aller Munde. Was für eine spannende Geschichte! Wenn du auch eine Frage hast, die ich beantworten soll, dann schreib mir gerne eine Mail an kinderfrage.gmail.com. Ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag bei einer neuen Folge von Wieso? Woher? Warum? wiederhören. Bleib neugierig! Deine Christina